Das ist Matita. Matita ist ca. 6 Jahre alt. Sie wurde im Dezember 2022 aus der Ferreri in Cordoba gerettet. Sie ist eine wunderschöne, zierliche, gestromte Galga. Matita ist sehr schüchtern und zurückhaltend und braucht Menschen, die sich gut um sie kümmern und die ihr Zeit geben, damit sie Vertrauen fassen kann. Ein sicherer Ersthund wäre für Matita sicher sehr hilfreich. Matita fühlt sich bestimmt in der Stadt, wo es laut ist, wo viel los ist, nicht sehr wohl. Und es wäre schön, wenn sie einen Platz am Land bekommen würde, wo ausgedehnte Spaziergänge im Wald an der Tagesordnung stehen und ein kuscheliges Platz am Sofa, wo sie sich erholen kann von ihrem harten Leben. Matita ist ein toller Hund. Sie ist mit anderen Hunden im Zwinger, sehr sozial und sie braucht einfach Zeit. Und dann wird auch aus ihr ein Happy Galgo. Das ist die Matilda. Matita, Entschuldigung. Immer der falsche Name.